Der Winter ist in Berlin angekommen, doch die Hertha hat gut lachen und grüßt vor dem Rückrundenstart gegen Eintracht Frankfurt aus sonnigen Tabellenregionen. Platz 6 zur Winterpause, als Aufsteiger eine herausragende Leistung. Das macht selbstbewusst. Ich glaube, dass man nach dem dritten, vierten oder vielleicht fünf Spieltag schon gemerkt hat, in welche Richtung wir spielen. Wir haben trotzdem noch unsere Spiele gewonnen und auch unsere Spiele dominiert zum Teil. Von dem her liegt vieles an uns, wie wir uns auf die Spiele einstellen, wie wir drauf sind und das versuchen wir am Samstag möglichst gut umzusetzen. 28 Punkte hat die alte Dame auf dem Konto. Der Abstiegskampf weit weg, auch dank ihres Torjägers Adrian Ramos. Der Kolumbianer feierte am Mittwoch seinen 28. Geburtstag und scheint in der Form seines Lebens. Mit elf Toren führt er gemeinsam mit Robert Lewandowski die Torjägerwertung der Bundesliga an. Im Hinspiel schnürte er einen Doppelpack gegen Frankfurt. Hertha gewann haushoch mit 6 zu 1. Doch daraus Rückschlüsse für das Duell am Samstag abzuleiten, hält Fabian Lustenberger für falsch. Ich glaube, das Spiel fängt von Null an. Es ist, glaube ich, auch ein völlig anderes Spiel, weil wir wussten damals nicht so genau, wo wir stehen. Frankfurt vielleicht nach der letzten Saison, wo sie sehr gut gespielt haben, auch nicht. Und deswegen ist es ein völlig anderes Spiel. Und wir hoffen natürlich, dass wir wieder als Sieger vom Platz gehen und versuchen alles, um das umzusetzen. Dabei soll Thomas Kraft wieder das Tor hüten. Der 25-Jährige konnte über weite Teile der Vorbereitung nicht mit anpacken. Nur in einem von drei Testspielen kam er zum Einsatz. Am Mittwoch trainierte er aber ohne Probleme und wird am Samstag wohl im Kasten stehen. Hinter einer Abwehr, die ebenso wenig Gegentore kassierte, wie Champions-League-Finalist Borussia Dortmund. Und genau in dieser kompakten Defensive liegt für das Team von Yosluhukai auch der Schlüssel für eine erfolgreiche Rückrunde. Damit der Schuss, Klassenerhalt in der Bundesliga nicht doch noch daneben geht.